F.A.S. Jo, was geht er? Mein Name ist Gianno. Wir sind heute beim 8. Videotreh-Tag von F.A.S.T. Picasso, Fiedmaris und ja, das ist ganz gut. Ich fremd auf jeden Fall, dass so viele hier mitmachen, so viele mitwirken. Ich filme jetzt. Jetzt nicken. Ja, ein bisschen euphorischer. Ohne zu lachen. Okay, warte. Das ist echt bescheuert. Nein. Okay, und wo komm ich hin? Ja, aufs Bild dann, oder? Okay. Ja, warte. Was ist das? Warte, mein Schatten sieht man. Dann mach ich es anders. Soll ich leuchten? Brauchst du Licht? Nein, nein. Wind im Haar ist wunderbar. Weiß es hängt quasi. Hoffentlich. So, Natsi, du musst jetzt irgendwie so, dass du zufrieden mit dir bist. Lächeln oder so. Guck dir das an so richtig. So, ready? So, ready? Set go, oder? Sieht so aus, oder? Aber was willst du da hin machen? Ja, da kommt dann irgendjemand, der malt und... Hast du irgendjemand? Ja, ja, hab ich alles. Jetzt geh ein bisschen um sie rum, wenn's geht. Warte, sieht professionell aus. Das hat keinen Sinn. Nee, das sieht man, das hat keinen Sinn. Guck, 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 guck. Und Aktion. Kann ich? Ja. Da kommt der Hund. Ja, ein Stück näher ran. Noch ein Stück, noch ein Stück. Noch ein Stück, noch ein Stück. Und go. Ja, nicht hinterherlaufen. mithilfe-ing-un-stack-fütter- trick. Rass dich, du spürst deinen Mischar-at-fütter- trick-akt. Put, trick. Welch guten Berg, Margot Gans Paradies, von den Bergen bis zum Meer Der Bergen bis zum Meer Musik Nick mal, so von wegen Joke, Schaff Das kann ich nicht Ne, mach einfach so Was machen wir jetzt hier? Keine Ahnung, ob was ich das wollte Durch den Sonnenaufgang nehme ich Claude Monet, denn ich komme nach Cannes Ich male Bilder Wie Picasso Warum meine Welte So wie Rousseau Ich greif nach Sternen Musik